Haben wir gerade jetzt das Mikrofon an? So meine Herren, wir werden die Frontposition einnehmen. Auf geht's, Valen! Sieht gut aus! Und zwar begrüßen wir mit der Stand-O-63, Marien Diefenbach. Mit der Stand-O-65, Claudia, Claudio, Hermone, der Stand-O-67, Marcel, Siebny, Cless, Jim, M&M-Win, Stand-O-67, Stefan Steinmeier, GV Personal Fitness aus Augsburg. Und die Stand-O-68, Sascha, Robote, Powerhouse, New Pixel. So, meine Herren, bitte noch mal die Frontposition einnehmen. Stand-O-63, bitte. Auf geht's! Genau, die Wichtung zu einem Schwenk. Auf geht's! Auf geht's! Und eine Vorgung nach rechts. Auf geht's! 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 Jaa richtig! Jaa richtig! Aber gar keine Vorfahrt, man kann gar kein Frieden, der Spaß hat! Wir lachen! Jaa richtig! Aber gar keine Vorfahrt, man kann gar kein Jerusalem. Statt Nr. 67 bitte die richtige Einstellung einnehmen. Dankeschön. Viertel Drehung zurück in Ansicht. Viertel Drehung nach Ansicht. Und so von Ansicht. Drehung nach Ansicht. Dankeschön, meine Damen und Herren. Wir sehen uns zum Video. Weiter geht es in der 3. Sieg Klasse 2 bis 1.80. So ist es. Läuft ja wieder schön. Aber für 6.